Heute bin ich hier in Münster mit Marcel zum Fußballgucken verabredet und er hat gesagt, es gibt noch eine tierische Überraschung. Na ja, mal gucken. Es ist offen. Hallo. Hi. Alles gut? Alles gut. Du krieg ich auch noch einen Schal, dann guck ich mit dir mit das Spiel. Super, setz dich. Und wie läuft's gerade? Ja, steht auch nur in Null. Kommt gleich, denke ich. Okay, super. Was ist das denn für ein Geräusch? Ach, das ist mein Vogel. Der singt ganz gerne mal Dormund-Lieder. Wie, du hast... Was bist du denn für einer? Hallo. Wer ist das? Das ist Locki. Und Locki kann Fängesänge von Dortmund singen. Ja, richtig. Adi, 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 Adi. Wie, Bobby. Ein BVB-Fan, wie er im Buche steht. Komm mal her, komm mal her, komm. Doch eigentlich schlägt sein Herz für Bonny M. Daddy, Daddy, cool. 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 Wie kam es denn dazu, dass Locki BVB-Fangesänge singt? Das war letzte Saison nach dem Bielefeld-Spiel. Wir haben 6-1 gewonnen. Und dann sind wir natürlich mit Freunden und Bekannten noch hier nach Hause. Und dann haben wir ihn dann gesehen und gedacht, ja, das könnte man ja mal beibringen. Ein paar Dortmund-Lieder. Wir waren eh fröhlich am Singen die ganze Zeit. In Verbindung, dass die Nachbarn Schalker sind, war das ein super Kombo. Wir haben das einfach mal durchgezogen. Aber es war 2-3 Monate schon, dann ging das los. Seitdem singt er fröhlich Dortmund-Lieder. Sind denn Graupapageien ganz besonders begabt? Genau, richtig. Das haben die drauf. Die können auch sehr gut flöten und singen. Mit ihm haben wir einen Glücksgift gemacht. Er macht alles zusammen und tanzt sogar dabei. Gab es denn schon Kaufangebote? Oh ja, mehrere Kaufangebote. Über dieses Portal YouTube, wo ich ihn ja reingestellt habe, kamen schon 4, 5, 6 Angebote an, die alle haben wollen. Aber das kann man natürlich nicht bringen. Du würdest ihn nie verkaufen. Quatsch. Niemals. Meinst du, du kannst ihn mal herholen? Mach ich doch glatt. Komm mal her. Okay, Mensch. Lieb sein. Und wie schnell könnte ich ihm jetzt was beibringen? Äh, so wie es aussieht, erst mal gar nicht in der Herzenkunft. Locki, versuch mal Tier-TV. Locki, Tier-TV. Also ich übe jetzt noch mal ein bisschen weiter mit Locki. Ich kann Ihnen noch nicht versprechen, wie schnell er es kann. Aber wenn er es kann, dann sind wir wieder mit dabei. Tier-TV. Lieb sein. Ja, lieb sein. Au! Au! Au!